Das ist der Antio, der deutscher Meister für Lundern vom Torheil. Ich bedanke mich, dass Sie das hier heute haben. Das ist der Antio, der deutscher Meister für Lundern vom Torheil. Das ist der Antio, der deutscher Meister für Lundern vom Torheil. Das ist der Antio, der deutscher Meister für Lundern vom Torheil. Das ist der Antio, der Mann vom Torheil.